Ihr hört Waterland, Krieg der Fluten, von Dan Jolly, aus dem Englischen von Sabrina Sandmann, gelesen von Jakob Weigert. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Kapitel 1 Die Luft und das Wasser hatten sich abgekühlt. Jakob Overland fröstelte und zog die Jacke enger um sich. Er stand am Bug des kleinen Fischerbootes, das er und seine Mutter Una in Bergen erworben hatten, und starrte auf das Meer hinaus. Zusammen mit einem Dutzend weiterer Boote kamen sie in der Zufahrtsrinne für die Fischer schnell voran, und Jakob sah zu dem himmelhoch aufragenden Bauwerk der Turmfestung hinüber, das näher und näher rückte. Obwohl er die Jacke nun fest um sich geschlungen hatte, zitterte er noch immer. Allerdings war er nicht ganz sicher, ob das an der Lufttemperatur lag oder daran, was sie hier erwartete. Plötzlich spürte Jakob eine Hand auf seiner Schulter und erschrak. Doch es war nur seine Mutter. Er hatte sich noch immer nicht daran gewöhnt, sie wieder bei sich zu haben. Nicht wirklich. Als der winzige Adrenalinstoß verebbt war, schlang er einen Arm um ihre Taille und zog sie in eine Umarmung. Manchmal berührte er sie einfach gern, nur um sich selbst zu vergewissern, dass sie wirklich da war. Irgendwas Auffälliges? fragte Una. Nein, viele Boote, die rein- und rausfahren, aber keiner der Fischer hat uns auch nur eines Blickes gewürdigt. Zumindest habe ich nichts bemerkt. Gut. Na, wie sehe ich aus? Geradewegs aus Treibstadt angekommen, oder? Jakob musste grinsen. Lächeln war in den letzten zwei Wochen eine ziemlich große Herausforderung für ihn gewesen, aber nun konnte er nicht anders. Du siehst toll aus, Mom. Rost steht dir wirklich gut. Sowohl Una als auch er hatten ihre normale Kleidung gegen die gelbe und rostrote Kluft ausgetauscht, die die meisten Bewohner aus Treibstadt trugen. Eine der kleineren Trockensiedlungen. Die Kleidung bestand größtenteils aus vorflutlichen, vom Meeresboden geborgenen Sackleinen, die mit einem Färbemittel aus Algen aufgehübscht und mit Garn aus behandeltem Seetang zusammengenäht waren. Eine weitere eisige Windböe fegte über den Bug hinweg und fuhr wie ein Messer durch die Sackleinen. Jakob hatte das Gefühl, dass diese Kleidung, die sie von Kira, Rattree und anderen Rebellen der Wasserkrieger bekommen hatten, eigentlich für Sommerwetter gemacht war. Trotzdem hatten sie es wohl noch besser getroffen als Jakobs Bruder Tristan. Denn der befand sich gerade unter Wasser und hielt sich an der untersten Sprosse der Heckleiter fest. Zwar hatte er beharrlich behauptet, dass ihm die Kälte nichts ausmache, seit er von einem Trockensiedler in ein vollaquatisches Flutwesen umgewandelt worden war, spürte er extreme Temperaturen nicht mehr so wie früher, sagte er. Aber Jakob konnte nur hoffen, dass das auch wirklich stimmte und Tristan damit nicht nur verhindern wollte, dass ihre Mutter sich Sorgen machte. Ich gehe besser wieder ans Steuer, sagte Una und löste sich von ihrem Sohn. Wir sind gleich da. Als Una zurück zum Heck ging, um den Autopilot auszuschalten, blieb Jakob noch einige weitere Augenblicke stehen und schaute zur Turmfestung hinauf. Diesem riesigen silbergrauen Ungetüm. Er war dort aufgewachsen, daher war ihm der Anblick vertraut. Aber es hatte sich auch etwas verändert. Es kam ihm vor, als würde er den Turm mit zwei verschiedenen Augenpaaren betrachten. Einerseits kannte er diesen Ort wie seine Westentasche. All die Ebenen, Gänge, Aufzüge und Luken. Doch andererseits fühlte es sich an, als erblicke er die Turmfestung zum ersten Mal. Wie eine gigantische, heimtückische Bestie ragte sie vor ihm auf. Ein lebendiger Berg, errichtet aus Beton und Stahl und Lügen. Jakob versuchte dieses Gefühl abzuschütteln, als er sich zu seiner Mutter ans Heck gesellte. Sie hatte die Leistung des elektrischen Motors um ein Viertel gedrosselt und lenkte sie durch die immer enger werdende Zufahrtsrinne. Und, sagte Jakob mit bemüht lockerer Stimme, wie fühlt es sich an, wieder hier zu sein? Una schüttelte leicht den Kopf und ihre Augen schimmerten. Fast so, als wäre ich nie weg gewesen. Jakob konnte nicht so recht einschätzen, ob das gut oder schlecht war, aber er wusste auch nicht, wie er seine Mutter danach fragen sollte. Daher schwieg er. Sie reiten sich hinter einem... ... ... ... ...